Es geht hier aber nicht weiter, wir könnt ihn nicht anschauen. Richtig. Ja, dann gehen wir mal hier in Richtung, da steht auch schon einer, der uns vielleicht das Leben schwer macht. Aha, hier haben wir eine Tür und hier ebenfalls. Alle gehen wahrscheinlich hier hin, vielleicht sind wir schwer zu sagen. Okay, hier haben wir also den Notausgang. Man kann es nicht abbrechen. Okay, also hier wäre der Notausgang. Dann schauen wir mal, wo Japan ist. Hehehe. Spick. Warum hast du mich hier gefragt? Warum kamst du? Rauchzucht oder Neugier? Was? 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 Ich brauche deine Arbeit als Detective. Oh, wie der Notausgang. Ich weiß nicht, was dein Spiel ist. Aber wenn dein Plan war mir zu bemerken, hast du geschafft. Was? 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 Ich dachte, ich war der einzige, der dich nach 20 Jahren hat. Was hast du noch? Ich habe dieses. Und ich habe dich. Du hast mich nicht. Mein Platz ist in meinem Diner. Und deine Frau ist nicht da. Hm. So, wo soll ich schauen? Hm. Wir sind der Beste. Nur an uns. Oh, Polizei, Mafia. Mafia. Du bist der größte Beste in der Mafia. Und bei den Augen von diesem Ort, du hast nicht alles verloren. Warum solltest du einen von deinen Anwalt für Hilfe? Du hast dich nicht hören, hast du? Der Kidnapper wurde von einem meiner Mann. Einer der Leute, die ich信. Also, warum ich? 20 Jahre alt habe ich dich auf den Boden gebracht. Ich habe deine Freunde gekauft, und habe diejenigen, die nicht gekauft werden können. Ich habe dich so obsessed mit mir, dass deine Frau endet auf dich verlassen. Wenn du nichts mehr hattest, hast du in mein Haus geschossen, hast du meine Bedeutung und ein Kugel an mich geschossen. Du könntest mich töten. Aber du hast es gewonnen, auf dieses Piano zu nehmen. Du bist immer noch das Kaffee. Cool. Du bist der einzige ehrlichste Mann, den ich weiß. Für das Kind. Ich werde es tun. Nicht für dich. Für sie. Ich weiß, dass ich den roten Mann habe. Aber ich will etwas zurück. Wie du siehst, bin ich nicht sicher über Geld. Frage, ich werde nicht haggeln. Äh, Spendegefekt ist Exil. Äh, hm, was sollten wir denn da nehmen? Exil. Du verlagst Santa Esperanza und das Land für immer. Das ist ein Problem. Ich wollte immer sterben in Sicilien. Aber das ist die größte meiner Angst. Ich weiß nicht was passiert mit mir, Ness. Du hast nur geholfen, Sofia. Und du kannst beginnen mit investigieren... Carlo Baccarini. Wie wirst du wissen? Der größte Forger in Santa Esperanza. Ich würde mich nicht überraschieren, ob Sofia's so-called uncle's papers waren von ihm. Außerdem, er hat ihn kursiert dein Name seitdem wir dich in den Jäuern. Hey, ich ihn wie ein Kind. Nachdem du seine Eltern hast... Sie verkauft, ohne meine Verpflichtung. Warte. Warte. Du wirst sie nicht finden. Ich habe einen guten Kontakt mit der Station. Eine Mädchen. Rookie. Straight arrow. Reliabel. Eine Mädchen? Du sagst du sie vertraut? Du bist so ein Chauvinist. Du vertraust mich? Deal? Faustschlag oder abgewacht? Faustschlag. Ah, oh, sorry. Hehehe. Oh, je, son of a bitch. Hehehe. Das wollte ich gar nicht. Keep Milton informed at all times, eh? You hear me? I know you from somewhere. Hm, wir wissen immer noch nicht woher. Aber ich muss sagen, die Dialoge sind relativ schnell gesprochen. Teilweise kann ich sogar nicht mitlesen. Also nicht ganz. Ich muss mich da sehr konzentrieren. You're not gonna ask me for my last words. You should be a run. I'm never going to help you. Why me? I'm not asking you to help me. I'm not a . I'm not a . Of course. I'll do it. Not for you. Ah, jetzt habe ich ein bisschen psychische Überlegungen wegen diesem Entscheid hier, aber ich dachte ja, das nehmen wir natürlich an. This town has become a jungle. Alter, sieht geil aus. Andere Zeit. Das war eine schöne, dicke Stadt. Müssen wir zielen? Das ist ja interessant. Wie kommt einem das vor? Surrealistisch, irgendwie. So, da hast du einen. Waffe willst du nicht mitnehmen? Zack, go Zack! Aha, wir schicken dich zur Hölle ins Exil. Natürlich. Ja, also wir haben unser Leben neu aufgebaut am Dinner, jetzt ist er wieder zurück und wir sind wieder von ihm quasi. Äh ja, nicht mehr so sicher. Aber naja. Wir nehmen mal Saft, weil der andere das gesagt hat. Weil der andere gesagt hat, ich trinke die. Oh. Äh. Abtrinken. Und abheben. Nicht sofort. Das ist besser. Das ist besser. Geheimnis oder Lüge. Das wäre besser, glaube ich. Eine Lüge wollte ich jetzt hier nicht auftischen. Eine Lüge, Lüge. Eine Lüge, Lüge. Ein altbekannter Feind. Errungenschaft. Haben wir freigeschaltet. Ich weiss nicht, mache ich jetzt einen folgenden Schnitt. Wir bleiben noch ein bisschen. Komm schon. Job oder Bratfeld. Wir bleiben noch ein paar Kilometer weg. Und wie möchtest du, dass ich Alphonse kennst? Spiel auf Golf? Alphonse. Auf dem Thema Kuchen. Ich weiß, dass dein Blu-Berri-Pie hat ein extra... ...something. Ich weiß noch nicht, was. Da haben wir etwas gemeinsam. Wir wissen nicht, wer der ist. Und er weiss nicht, was in unserem Kuchen war. Ich nehme die Hauptteile. Mein Frag. Nähre dich... ...wo Schirinis Haus. Interessant, das Anwesen hier. Oh, da ist ein Zwerg. Ja, könnte ja sein, dass seine Geschäfte ein bisschen hart sind. So, jetzt wollen wir mal schauen hier. Hier blinkt noch was. Klingel oder Tür? Tür. Sachte. Baccarini? Carlo Baccarini? Nothing of interest out back. Sorry. You better come see this, Mr. Ness. What is it? I don't know how to describe it. Der ist aber nicht tot, oder? Ah! 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 Und ich würde sagen, alles weitere. Oder nein? Das sehen wir. Oh, nein! Baccarini aufgespießt. Alter! Wir haben ihn aufgespießt. Ich muss feststellen, wie Baccarini sterbe. Vielleicht können die Körperpunkte etwas Licht auf den Motiven schliessen. Schließe die Ermittlungsspinnwand ab. So. Jetzt will ich aber endgültig eine Aufnahmepause machen. Äh. Weil ich noch was anderes aufnehmen muss gleich. Nämlich mit. Auf meinem anderen Channel. Mit meinem Cousin zusammen. Der wartet jetzt zwar noch nicht, aber ich will noch eine kleine Pause haben. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Das waren jetzt schon vier Folgen. Wir sehen uns dann in der fünften Video, wenn wir dann diese Pinnwand hier vervollständigen können. Verstümmelt ist der Baccarini. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.